Moin Moin zusammen und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, vielleicht haben es schon die einen oder anderen gemerkt, in der letzten Woche kamen deutlich weniger Videos raus. Das liegt daran, dass ich aktuell zur Zeit ein paar private Angelegenheiten zu klären habe. Deswegen schon mal ein großes Sorry, dass letzte Woche weniger Videos kommen. Allerdings wird sich das noch ungefähr 1 bis 2 Wochen hinziehen. Das heißt, in den nächsten 1 bis 2 Wochen werden deutlich weniger Videos kommen. Wahrscheinlich eventuell auch überhaupt keine neuen Videos. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze, aber es gibt einige Dinge, die ich klären muss in privater Angelegenheit. Und deshalb kommen keine neuen Videos die nächsten 1 bis 2 Wochen. Kann sein, dass ich eventuell mal kurz Zeit habe, eins aufzunehmen, aber das wird eher dann nur ein kurzes Video sein. Ja, in 1 bis 2 Wochen geht es dann aber auch wieder los. Es wird wieder Videos zu Armored Warfare geben, zu Sertivision natürlich. Und ich habe auch schon den ein oder anderen Guide wieder in der Vorbereitung. Ich hoffe, wie gesagt, ihr verzeiht mir das Ganze. Und dann sehen wir uns wieder in 1 bis 2 Wochen im nächsten Video hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer BluGrom. Macht's gut. Ich bin ein. Ich bin ein.